Stell dir mal vor, du könntest mit ein paar Klicks richtig professionelle Bilder erzeugen, ohne richtig Ahnung von Fotografie oder Kunst zu haben und ohne teures Equipment wie Kameras und Objektive. Dank Tools wie MidJourney ist das jetzt endlich möglich und ich möchte euch zeigen, wie. Du gibst einfach nur eine Beschreibung von dem Bild, wie du es dir vorstellst, in dieses Tool MidJourney rein und lässt sie dann mithilfe von deren künstlichen Intelligenz dieses Bild generieren. Aber wenn du noch nicht viel mit solchen Tools gearbeitet hast, dann kann das am Anfang ziemlich einschüchtern sein. Diese Tools oder das Prompting, die Art und Weise, wie du die Bilder beschreibst, eine ziemlich steile Lernkurve. Ich möchte euch zeigen, wie du direkt loslegen kannst, was du installieren musst, wie du am besten diese Prompts schreibst, wo du an Promptideen kommst, was für Bilder du generieren möchtest und was für Möglichkeiten du sonst noch in MidJourney hast. Also lass uns direkt mal rein starten. Und da kommen wir schon zur ersten Einstiegsbarriere. MidJourney hat nämlich keine eigene App, die du dir einfach aufs Handy oder auf den Computer läst, sondern das ist nur ein Bot in Discord. Falls du noch nie von Discord gehört hast, Discord ist eine Kommunikationsplattform für Communities. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel für Fotografie interessierst, dann gibt es hier Communities, die sich mit Fotografie auseinandersetzen und da chillen einfach Leute drin, die sich auch für Fotos interessieren und ihr könnt darüber quatschen, euch über Objektive austauschen, was weiß ich. Ich bin jetzt auf der Seite von Discord, hier kannst du dir das Tool downloaden. Ich bin sicher, dass du es alleine hinkriegst. Ich habe das Ganze schon gemacht, deswegen mache ich das nicht nochmal. Aber ich lasse hier alle wichtigen Links unten in der Beschreibung. Da musst du nicht selber googeln, kannst direkt dahin schießen. Nachdem du dir einen Account erstellt hast und dich eingeloggt hast, dann landest du hier in dieser App. Auf der linken Seite findest du deine Channel. Das sind einfach Server mit Gruppen, mit diesen Interessensgemeinschaften. Hier habe ich zum Beispiel einen für Leute, die sich für Obsidian interessieren. Hier ist der Mid-Journey-Server und jeder Server hat verschiedene Channels, wo dann verschiedene Diskussionen geführt werden können. Man könnte zum Beispiel hier einen haben über Philosophie, einen über allgemeine Diskussionen oder hier oben gibt es einen Announcements-Channel. Hier können nur die Gründer oder die Mitarbeiter von Mid-Journey schreiben und ansagen, was es gerade Neues in der Applikation gibt oder was sich verändert hat. Wie kannst du diesem Server jetzt selbst beitreten? Am besten gehst du auf die Mid-Journey-Seite. Ich lasse hier auch wieder einen Link unten in der Beschreibung da. und klickst unten auf den Knopf Join the Beta. Und wenn du da drauf klickst, wirst du in Discord reingeworfen und kannst dem Server beitreten. Okay, dann lass uns direkt mal reinstatten und unser erstes Bild generieren lassen. Übrigens, wenn du hier auf der rechten Seite diese ganzen Personen siehst, das sind alle Leute, die in diesem Server sind, kannst du hier oben auf diese Hide-Memberlist klicken und dann hast du hier ein bisschen mehr Platz. Innerhalb des Mid-Journey-Servers gibt es verschiedene Channels. Hier ist Newcomer-Rooms, Newbies und hier drin kannst du einfach Bilder generieren lassen. Wir gehen hier mal rauf und sehen dann hier schon andere Bilder, die andere Leute generiert haben lassen. Und hier sehen wir auch den Prompt dazu. Wie gesagt, das ist die Beschreibung von dem Bild, auf Basis dessen das Bild generiert wird. Und er hat gesagt, hey, ich hätte gern ein Embryo on a Space Chip. Das Ganze soll cinematic aussehen. Wonder, Lifelike, Field, 8K, Field of Death, High Quality, Hyperdetailed und hier am Ende Parflex. Keine Sorge, deswegen meinte ich, das Ganze kann ein bisschen einschüchtern werden, wenn man das erste Mal diese Prompts sieht. Aber ich fühle dich da gleich durch. Und das ist das Ganze, was das Tool uns zurückgegeben hat. Das sieht ziemlich abgespaced aus. Lass uns mal unser eigenes erstellen. Also, um hier dein erstes Bild zu schreiben, müssen wir mit diesem Bot interagieren. Das heißt, das ist einfach keine Person, die dahinter sitzt, sondern ein Computerprogramm. Und du kannst mit dem interagieren, indem du einfach ein Slash schreibst. Slash Imagine ist der Befehl, auf den wir uns jetzt erstmal konzentrieren. Und da steht auch eine kleine Beschreibung drunter. Create Images mit MidJourney. Also das ist der Befehl, um ein Image generieren zu lassen. Einen kleinen Haken gibt es noch. Und zwar, das Model ist nicht umsonst. Du müsst hier eine Subscription abschließen. Aber es lohnt sich. Und das ist wirklich mit Abstand das beste Model, was gerade draußen ist. Um dahin zu kommen zu deiner Subscription, gehst du entweder auf die MidJourney-Seite oder du gibst hier ein Slash Subscribe, klickst hier drauf und kriegst hier einen Link zu der Subscription-Page, wo du dann deine Subscription abschließen kannst. Und die Imagine ist die Hauptfunktion, auf die wir uns ja auch erstmal jetzt beschränken. Wenn wir hier raufklicken, können wir hier drin den Prompt schreiben. Und am besten schreibst du auf Englisch. Die Ergebnisse auf Englisch sind tausendmal besser. Also wir wollen, was wollen wir uns vorstellen? Einen Hund riding on a bicycle. Also einen Hund, der auf dem Fahrrad fährt. Und das Ganze bestätigen wir mit Enter und schicken das Ganze ab. Und jetzt sehen wir hier gerade schon, ah, der MidJourney-Bot, das Programm, mit dem haben wir interagiert und wir haben ihm eine Anfrage gestellt. Und das Ganze sehen wir hier. Wir warten noch darauf zu starten. Der Bot fängt an, das Bild zu generieren. Wir sehen hier auch den Progress, 0%, 15% und jetzt sehen wir hier langsam, wie dieses Bild generiert wird und langsam aus einem Nichts hoffentlich ein Hund auf einem Fahrrad generiert wird. Sieht gar nicht schlecht aus. Mir gefällt das hier unten links am besten, glaube ich. Mal gucken, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Okay, es ist fertig. Hier sehen wir unseren Hund auf einem Fahrrad. Und MidJourney gibt uns immer vier Bilder aus einem Prompt, den wir gestellt haben, aber in relativ geringer Auflösung. Aber lass uns erst mal kurz die Bilder anschauen. Also hier unten links gefällt mir richtig gut. Oh mein Gott, wie der Hund da draufliegt auf dem Fahrrad. Der Artstyle ist auch nice. Und du hast hier jetzt verschiedene Knöpfe, die du drücken kannst. Möglichkeiten, Aktionen, die du mit diesem Bild ausführen kannst. Und zwar sind die Bilder durchnummeriert. Fängt oben links an mit 1, 2, 3, 4. Und wir können hier mit U die Fotos upscalen. Gerade haben wir ja nur dieses große Foto mit vier kleinen Fotos drin. Aber wenn wir jetzt sagen, hey, wir wollen das kleine in groß haben, dann können wir sagen, upscale mir dieses Image. Und zwar müssen wir durchziehen. 1, 2, 3. Also upscale 3. Und jetzt müssen wir ganz nach unten scrollen. Sehen hier, dieses Bild jetzt in groß geupscaled. So, wir scrollen nochmal weiter hoch. Und wir sehen schon, das Ganze wird richtig messy hier, wenn man in diesen Newbies-Channel schreibt. Es ist richtig schwer, seine Nachrichten wiederzufinden. Ich zeige dir gleich einen Trick, wie du mit dem MidJourney-Boot selber schreiben kannst, damit du einfach in deinen privaten Konversationen mit denen schreiben kannst, ohne hier diesen ganzen Fluff und die Images von den anderen Leuten. Noch kurz zu den anderen Knöpfen. Wir können uns auch noch weitere Variationen erstellen. Wenn wir jetzt sagen, hey, das hier unten rechts gefällt uns ziemlich gut. Sieht auch ziemlich süß aus mit dem Beanie. Richtig nice. Dann sagen wir, okay, das ist cool, aber ich möchte davon nochmal verschiedene Variationen haben. Dann können wir auf V4 klicken. 1, 2, 3, 4. Und lassen uns davon Variationen erstellen. Und jetzt haben wir hier vier verschiedene Variationen von dem Bild. Sind alle ziemlich gleich aus, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Man sieht, der hier hat so eine andere Nase als die anderen. Der hat eine andere Mütze als der davor oder als der hier unten. Die Beine hier sind ziemlich dünn und hier ziemlich dick. Also du siehst den Punkt. Das sind halt leicht veränderte Bilder. Und der letzte Knopf, den du drücken kannst, ist das, einfach zu sagen, hey, führ den gleichen Prompt nochmal aus, erzeug mir einfach nochmal vier neue Bilder. Kommen wir zu dem Trick, wie du in einem privaten Chat mit dem MidJourney-Bot schreiben kannst, damit du nicht die ganze Zeit deine Nachrichten suchen musst und alles überflutet wird von irgendwelchen anderen Bildern. Also dafür musst du hier einmal Rechtsklick auf deinen MidJourney-Server machen und sagen, bei Privacy-Chattings, klickst einmal rauf und sagst, du erlaubst Direct Messages, damit du wirklich mit diesem Bot schreiben darfst. Nachdem du das gemacht hast, klickst du hier auf den MidJourney-Bot, auf das grüne rauf und wir schreiben ihm hier unten eine Nachricht und sagen Hallo, einfach nur, um das erstmal zu finden. Nachdem du Hallo geschrieben hast, wirst du hier in den Chat geworfen mit MidJourney. Falls du neu bist bei Discord, ich gehe nochmal kurz zurück in den Server, dann findest du deine privaten Nachrichten. Wir haben jetzt einfach eine private Nachricht an diesen Bot geschickt, hier oben, indem du auf dieses Direct Messages klickst und hier sehen wir unsere Direct Messages mit dem MidJourney-Bot und hier drin können wir jetzt genau die gleichen Befehle ausführen. Slash, Imagine, zack und wir können uns wieder was generieren lassen. Kommen wir zum Thema Prompt-Building. Die Kunst, wie du dieses Bild beschreibst, wie du am besten deinen Prompt schreibst, um wirklich am Ende das Bild zu bekommen, was du dir am Anfang vorgestellt hast oder um wirklich schöne Ergebnisse zu bekommen. Und das Ganze ist eine Kunst für sich. Leute zahlen dafür richtig viel Geld. Es gibt eigene Jobstellen, einfach nur für Prompt-Builder. Und ich möchte dir einfach heute so eine kleine Formel mitgeben, an der du dich orientieren kannst. Also du fängst an mit dem Medium. Was soll das für ein Typ von Kunstwerk sein? Ist das ein Foto, ein Gemälde, eine Illustration, eine Skulptur, irgendwas aus Knete, einfach nur eine Zeichnung? Wenn du dir nichts angibst, dann neigt das Model von MidJourney dazu, dir einfach fotorealistische Bilder davon zu erstellen. Danach kommt das Subject. Also was ist im Center des Bildes, worum soll es sich drehen? Das könnte jetzt zum Beispiel eine Person sein, ein Tier, irgendein Charakter oder irgendeine Ortbeschreibung, irgendein Objekt. Danach beschreibst du das Environment, also das Umfeld, der Hintergrund. Wo befindet sich diese Person? Vielleicht auf den Straßen von New York City oder doch im magischen Feenwald oder im Weltall. Und danach kannst du, kommasepariert, einfach weitere, nähere Details zu diesem Bild beschreiben. Du kannst zum Beispiel sagen, was für eine Farbpalette es benutzen soll oder was für Lichtverhältnisse vorherrschen. Ist das Ganze um Mitternacht oder regnet es gerade? Danach kannst du dir noch einen Style auswählen. Das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, hey, dieses Gemälde soll aussehen, als hätte das Da Vinci gemalt. Oder das Foto soll aussehen, wie von diesem bekannten Fotografen, bekannt ist für seine krassen Kompositionen oder so. Und dann wird BitJourney versuchen, diesen Stil zu übernehmen. Du könntest aber zum Beispiel auch sagen, hey, dieser Charakter soll aussehen, wie aus dem Film oder wie ein Disney-Charakter, wie ein Pixar-Charakter. Ein extra Punkt noch zu Fotos. Du kannst dir bestimmen, welche Kamera und welches Objektiv benutzt werden sollen. Dadurch wird das Bild auch deutlich verändert und es sieht wirklich, also ich kenne mich nicht krass mit Fotos aus, insofern kann ich es nicht wirklich gut beurteilen. Aber es hat auf jeden Fall einen Einfluss, was für ein Objektiv du draufpackst und was für eine Kamera er benutzen soll. Und zu guter Letzt kannst du in diesen Prompt Parameter mit reingeben. Das sind kleine Einstellungen für den Prompt, wie zum Beispiel die Aspect Ratio. Wie soll das Seitenverhältnis sein? Willst du ein 1 zu 1 quadratisches Bild oder willst du ein 16 zu 9 Wallpaper haben? Das Ganze könntest du zum Beispiel angeben mit minus minus. So zeichnen sich diese Parameter aus. Und danach AR für die Aspect Ratio. Ich lasse unten einen Link zu der Dokumentation, wo du einen Überblick über alle Parameter siehst. Wir gucken uns mal ein Beispiel-Prompt an. Also ich möchte mir mein Traum-Office in der Hamburger HafenCity generieren lassen. Mein Medium, a photograph of. Mein Subject, ein Start-up-Office. Mein Environment with large windows in Hamburg-HafenCity. Und jetzt beschreibe ich noch mit anderen Adjektiven und kleinen Beschreibungen mein Bild näher und sage View into Industrial Harbor, Old Industrial Building, 4K, Transport Core, Captivating Harbor Views, MacBooks on the Table, Old Parkett Floor. Und am Ende mein Style. Also jetzt in dem Fall, was ein Foto ist, das sage ich Captured on a GoPro with Wide Angle Lens. Und als Parameter gebe ich mit Aspect Ratio von 16 zu 9. So, hier ist das Ergebnis. Und ich finde, es sieht wirklich krass aus. Guckt euch mal das hier oben links an mit dieser Golden Hour, wie die Sonne da reinscheint. Das sieht mega nice aus, im Hintergrund die Kräne. Hier nochmal ein anderes Beispiel mit dem gleichen From-Template. Wie gesagt, ein Full-Body-Shot of a beautiful woman sitting in a bus in New York City at midnight, rainy, Street-Photography, Cinematic-Lighting, Window-Reflections, Photorealistic, Shot on a Sony, A7S, bla bla bla, das habe ich gegoogelt oder bei ChatGBT eingegeben. Und das hätte ich gerne im 9 zu 16 Aspect Ratio. Und ich finde auch hier die Ergebnisse echt gelungen. Einfach um nochmal ein anderes Ergebnis als Fotos zu sehen. Hier habe ich mir mal App-Icons generieren lassen. Ich habe geschrieben, Awesome Application Icon for a dream journal app, surreal, dreamy book, UX UI, iOS App Store, UX UI, damit es schön aussieht. Und das Ganze ist dabei rausgekommen. Kommen wir zu einer anderen Technik, die du anwerten kannst, und zwar Image-Prompting. Du musst nicht nur mit einfach einer Beschreibung anfangen, du kannst ihm einfach auch ein Bild reingeben und da zusätzlich noch eine Beschreibung. Also musst du nicht, ist optional. Du kannst ein Bild reingeben und Variationen oder Bilder daraufgehend erstellen. Das Ding ist, du brauchst einen Image-Link. Das heißt, am besten lädst du das Ganze einmal hier hoch in den Chat mit Mid-Journey. Hier habe ich mir zum Beispiel eins rausgezogen, und zwar einfach ein Bild von einer Castle, von einer Burg. Wenn ich danach, wenn ich das hier in Discord reingeladen habe, kann ich rechtsklick da draufklicken und sagen, gib mir mal den Link. Copy Link. Das Ganze hat die Form Link und danach die Description. Also wir geben ein Slash Imagine, den Bild-Link und ich füge eine Beschreibung hinzu. Ich sage ihm, hey, das soll ein Painting werden von einer magischen Burg in der Nacht und magische Kreaturen fliegen durch die Luft. Hier ist das Ergebnis. Auf der linken Seite das Bild, auf der rechten Seite, was wir generiert haben, zusätzlich mit dem Prompt. Und es ist okay, auf jeden Fall. Also es sind nicht so viele Magical Creatures, die hier rumfliegen, wie ich mir das erhofft hätte. Und es sieht auch nicht so dunkel aus. Als ich gesagt habe, at night, hätte ich mir das irgendwie ein bisschen dunkler und düsterer vorgestellt. Aber es sind Lampen am Leuchten und es hat auf jeden Fall einen coolen Vibe. Ich habe das Ganze nochmal ausgeführt und habe einen neuen Parameter hinten hinzugefügt und zwar minus minus IW. Das Ganze steht für Image Weight und damit bestimmst du, wie hoch die Gewichtung des Bildes sein soll, die in diesem Prompt mit eingeht. Du hast ja auf der einen Seite den Text Prompt, auf der anderen Seite das Bild und wie hoch soll er dieses Bild gewichten? Wie nah soll er sich an dem Bild orientieren? Das Ganze ist defaultmäßig auf 1 und ich habe jetzt gesagt, hey, 0,5, du darfst dich ruhig ein bisschen wegbewegen. Und das ist ein Beispiel Image, was da rausgekommen ist. Also man sieht schon, ein bisschen weiter weg hat es sich bewegt. Es ist auch dunkler, es ist mehr ein Painting. Es fliegen auch Dinge durch die Luft. Ich hatte es einfach ein bisschen anders im Kopf mit den Magical Creatures. Aber mega impressive, sehr cooles Ergebnis. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar Promptideen. Wie kommst du an Inspirationen, an Ideen für Prompts? Du könntest zum Beispiel einfach in diesen Newbie-Channels ein bisschen rumscrollen und gucken, was die anderen Leute so generiert haben, was die für Prompts benutzt haben, wie die ihre Prompts aufgebaut haben und dir da Teile oder sogar ganze Prompts rauskopieren. Oder du gehst auf die und hier siehst du von anderen Community-Membern Bilder, die sie generiert haben. Kannst draufklicken, dir den Prompt anschauen, den die Leute benutzt haben. Kannst das Ganze liken und es zu deiner Library hinzufügen, damit du wieder darauf zugreifen kannst. Sieht dann noch andere Services, wo du noch Inspirationen schauen kannst. Eins ist zum Beispiel Lexika. Da kannst du auch einfach Bilder, so ähnlich wie in der Galerie von MidJourney. Du kannst Bilder sehen, siehst, welchen Prompt die Leute benutzt haben, kannst hier oben auch noch was suchen. Du könntest aber auch Language-Models benutzen, wie ChatGPT und dir von denen die MidJourney-Prompts generieren lassen. Ich habe hier auf Reddit einen richtig nicen Prompt gefunden. Der ist mega lang. Ich lasse hier mal einen Link dazu da, dass du den auch kopieren kannst. Ich schmeiße das Ganze mal in ChatGPT rein. Ich habe mir das Ganze hier als Template festgelegt mit einem Plugin und schicke das Ganze mal ab. Und ich sage hier am Ende dieses Prompts, you can now ask me what kind of ideas or concepts I have in mind and then you can provide the resulting prompts. Und hier können wir jetzt so etwas schreiben wie a bus station in space. So, gucken, was ChatGPT ausspuckt mit diesem Template, was wir vorher reingefügt haben. Okay, er gibt uns hier raus a futuristic bus station situated in the vastness of space merging the elements bla 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 mit einer Referenz hier zu einem Buch oder einem Künstler oder einem Film. Ich kopiere einfach den ganzen Prompt mal raus. Also slash imagine. Wir schmeißen den Prompt da rein und schauen mal, was rauskommt. Okay, das sind die Ergebnisse. Ich hatte es zwar ein bisschen anders im Kopf, aber trotzdem mega nice Bilder dabei entstanden und eine coole Möglichkeit, sich einfach schnell einen sophisticated Prompt generaten zu lassen. Eine andere Möglichkeit ist es, ein bestehendes Bild, was du hast, wenn du sagst, hey, ich möchte ungefähr so ein Bild in die Richtung haben, aber möchte es nicht mit in den Prompt reingeben, aber ich möchte einen Prompt, der dieses Bild beschreibt. Dann kannst du das Ganze auch mal mit Journey hochladen. Und zwar haben die nochmal eine andere Funktion. Das Ganze heißt slash describe. Und die Beschreibung sagt es uns schon. Write the Prompt based on your image. Und jetzt wählen wir mal hier ein Bild aus. Wir wählen zum Beispiel mal wieder dieses Castle aus, was wir vorhin hatten. Und ChatGPT soll uns mal sagen, was ein Prompt wäre, um dieses Castle Bild zu erreichen. Die Antwort ging ziemlich schnell. Und zwar sagt, a castle in the Spanish countryside with a hillside mountain and green trees and the style of light amber and gray, dark beige and indigo, whatever. Aber es gibt uns hier auf jeden Fall vier verschiedene Möglichkeiten, wie wir dieses Bild beschreiben lassen können. Das war es erstmal mit diesem Beginner Tutorial. Ich hoffe, du hast jetzt genug Inspiration und Ahnung, wie du dieses Tool benutzt, um selbst jetzt ein paar Bilder generieren zu lassen. Schreibst mir gerne in die Kommentare, wie es läuft. Viel Erfolg dabei und danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.